Laufen kann jeder irgendwie. Ich kann es halt einfach nur schneller als andere. In Berlin soll natürlich die ein oder andere Medaille her und halt auch nicht nur mit der Staffel, sondern auch im Einzelnen. Langfristige Ziele werden auf jeden Fall sein. Finalteilnahmen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und auch da, um die Medaille mitzurennen. Achtung!